So, hallo, willkommen zu unserer Tour 6 Werbung mit XTThomas Hey Und wir wollen uns Hashtag Keine Ahnung nennen Ja, pfff Gut, wir machen einfach mal ein Fight Was hab ich denn geopfert? Ich weiß es gar nicht Hm, eigentlich ein Barok-Rip Ja, irgendwas in der Richtung Die Fargazine, glaube ich Ich auch Oh, ja, das hast du mir gut gegeben Ja gut, das war's an der Stelle mit unserer Bewerbung Wir hoffen, wir werden angenommen Und, ja Servus